hallo meine lieben zuschauer und willkommen zu einer neuen survival games aufnahme ja heute bin ich mit dem tom hier auf dem funwill server und wir zocken eine runde survival games auf dieser naja nicht so tollen map ich mag die eigentlich nicht aber egal er begrüßt euch jetzt auch mal hallo moin ich brauch mir wieder dabei oder das erste mal sogar dabei das erste mal wahnsinn ne ja mal gucken ob ich jetzt wenigstens mal sachen bekomme es leckt nur gerade wie sau deswegen nutze ich normalerweise doch eher nichts wenn ich so nichts aufnehmen aber egal ich habe es einfach mal gemacht schade wahrscheinlich ja so auf geht's kommen sie mich ja ich sehe dich 20 sekunden noch dann können wir uns gegenseitig auf die fresse geben wie schon gesagt wir sind hier auf dem funwill.eu server also wenn ihr den noch nicht kennt schaut unbedingt mal vorbei es lohnt sich wir spielen gerade auf der teferen 2 map so heißt sie hier zumindest und ja es macht auf jeden fall immer sehr viel fun und ihr könnt hier viele 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 sachen machen ihr werdet auch noch einige videos sehen von mir hier auf diesem server und ich kann ihn nur wärmstens empfehlen was ich uns wärmstens empfehlen kann ist jetzt schnellstmöglich irgendwelche kisten noch zu finden damit wir ja unser material aufstocken können was zu essen ja ich auch ein bisschen ich habe ein bisschen gammelfleisch und eine schale habe ich immerhin das heißt wir könnten theoretisch ein bisschen pilzsuppe machen wenn wir da gerade ich habe ein eisen habe ich auch noch drei schwer da hier gibt dann ja drei schwerer das gleichwert hast du zufällig jetzt schon rohfleisch weil ich habe nämlich jetzt schon wir könnten theoretisch ein holzschwert kaufen wenn du noch eins mehr hast wenn du da oben bist ja da unten ist ein ofen deswegen ich sag's deswegen ja hier ist ein ofen ja hier ich suche mal noch neun sachen und du okay ja danke aber warte mal hast du noch ein holzschwert noch über oder so natürlich ja gut dann können wir nämlich dass ich hatte den typen gesehen ich versuche den jetzt mal umzulegen und ich brate in der zeit ein bisschen fleisch und du solltest mich eigentlich eher schützen anstatt dann da ja wenn du schaffst ne ich hoffe es leichte das ist immer dann wenn ich mit immer dann wenn ich mit immer wenn ich mit ob die feine zu spiele habe ich teilweise mehr lecks als wenn ich habe ich würde gut gemacht gut gemacht ich habe es erstmal gebraten das ist ja gut da können wir noch ein bisschen mehr braten kommst du zu mir wieder ins haus dann können wir die noch war können wir noch schönen ofen schieben hier lecker so viel brauche ich dann auch nicht gleich wieder übertreiben muss ich habe immer noch mehr hier hast du noch rohes fleisch naja macht ja nichts das habe ich immer in zwei gebratene hähnchen die bringen auf jeden fall einiges mehr als zwei rohe ja aber die ruhe lassen ja auch da hungern sollten wir nicht mal vielleicht da ab hier ist einer hier ist einer der tötet mich der tötet mich der brüstung kommt schnell ach ich bin tot schön dass du bei mir in der nähe bleibst aber okay vielen herzlichen dank dafür das hat sich voll gebracht warte mal kann ich irgendwie spektaten ich kann spektaten das ist ja mal episch warte mal kann ich mich zu dir teleportieren warte mal ich such dich mal einfach aber leute wie ihr seht ich habe irgendwie total die map lade probleme die habe ich selbst sogar jetzt noch mit optifine die map kommt einfach nicht hinterher wir nehmen doch mit mehr ram auf bleib mal mach ich doch schon ich habe doch schon wie viel habe ich jetzt 3600 mb 10.000 so ähm wo bist du bist du aber noch im haus weil da bin ich nichts gerade ne ich bin hier schon ein bisschen weiter gelaufen aber da ist ja super schlau von dir kann ich ja super spektaten wenn du so ein scheiß machst du bist du denn manchmal kannst mich doch gar nicht in welchem in dem wo wir vorher waren ach so ok dann gehe ich da mal hin schwebe 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 sooo ich seh dich noch nicht immer noch nicht da jetzt ich dich ja ich bin hinter dir gut oh ja gut jetzt kann ich glaube ich kann nicht spektaten und nehme das ganze dann auf wir sehen jetzt tom in action wird er es schaffen zu überleben und noch ein paar andere zu töten wir wissen es nicht er hat schon mal eine gute rüstung ich bin ziemlich am anfang gestorben das ist traurig aber ich denke mal wir werden damit klar kommen der hatte auf einmal rüstung wir machen vorher keine und dann war ich auch immer tot naja gut da war jemand da war schon jemand ich könnte dir sagen was ich irgendwie war da sind ganz viele felder da kannst du dir 5000 brote machen ja hatte ich auch vor aber ich konnte nicht auch einfach drauf aber wie viele felder sind junge da kannst du dir 10.000 brote machen theoretisch es gibt wenn du durchs haus geht es einen ausgang zu den feldern hier auch ok jetzt kannst du kannst sich abbauen nein lol das ging aber bei auf 5 geht das glaube ich ja fahren will nicht das soll jetzt keine kritik sein ich glaube auf 5 ging das weil ich war nämlich gestern mit nur noch auf 5 ich weiß gar nicht was doch das war doch mit vorgestern ach weiß ich nicht und da hat er auch total viel getreide abgebaut irgendwie 50 dinger oder so dann haben wir irgendwie 50 brote gab keine ahnung gefühlt im open waren voll schwer drin ja siehst du guck da hat auch einer schon was gebraten ich glaube ich werde mein haus sowieso noch mal ein bisschen ändern weil ich finde es ziemlich hässlich ja war noch mal was drin ja ok da war er noch ein kleines schwert drinne ich kann ja mal hier das ausbauen ist noch ein bisschen interessanter aus hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir links 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 jetzt schon eisensachen du musst aufpassen nein du bist tot wie heißt der der bus kommt nicht der bus kommt nicht hat uns vernichtet das ist sehr schade ich würde sagen wir gehen dann auch gleich zurück auf den server beziehungsweise ich join einfach nochmal neu und zocken dann gleich direkt die nächste runde jetzt war jetzt leider nicht so erfolgreich diese runde dann würde ich sagen gehen wir doch einfach mal in die wir dann 1 bitte DSG 1 so die erste in der weiter weil guck mal da können wir gleich zwei runden in einer aufnahme in einer aufnahme packen ist das nicht geil 15 Sekunden du wurdest in die halt von DSG 1 hinzugefügt es warten aktuell 0 andere spieler lol du bist nicht hinzugefügt worden dann hast du irgendwas falsch gemacht dann warst du zu spät na gut dann nehme ich jetzt halt alleine auf gut meine freunde wir sind jetzt hier alleine ohne den Tom das ist natürlich sehr schade vor allem bin ich auch ziemlicher Noob was Hunger Games betrifft und mir wurde gerade alles weggenommen leider ich habe nur ein Eisen und ein Gammelschleisch bekommen dann kann ich nicht viel anfangen ich laufe jetzt einfach mal ganz spontan lol wieso bin ich jetzt auch mal wieder unter Wasser was war das denn für ein Leck xd äh ok ich laufe jetzt einfach mal hier so in die Richtung mit der Hoffnung dass ähm ne da war doch grad schon einer ist doch grad ah da sind mehrere ich muss so anders hinlaufen irgendwie checkt der das nicht dass er hier rennen soll so schnell auf dem Eis rennen wir einfach mal weg und gucken dass wir irgendwo unterkommen und irgendwas finden du kannst mir einfach seelischen Weißstand leisten ich weiß nicht ich glaub du kannst mich sogar spektaten mit äh kann ich das? ja slash spektate und dann mein Name ah da kann ich ja genau so oh ich spektate gerade ach das ist die die erste Wahl wir gehen jetzt glaub 1 ja ich kann den noch gar nicht da wettet sich grad einer mit dem anderen ok da geh ich lieber nicht hin für den großen Drachen oder warte mal soll ich da hingehen ich glaub den pack ich sogar so mit der Faust oder? weil der hat grad schon ordentlich auf die Fresse gekriegt ne komm ich hau auf das ist mir sonst zu blöd hier nicht dass der mich noch zerhackstückelt gucken wir mal dass wir irgendwie noch was anderes finden das kann ich nach da nicht gehen weil der dann nämlich kommt das heißt wir versuchen mal hier auf den Berg hoch zu kommen und irgendwie ähm nach da oben zu kommen ich weiß nicht ob das überhaupt geht aber versuchen können wir es ja schadet nicht so so und hier lang naja hier sind wir schon ein bisschen weiter gekommen ganz nach oben kommt man hier scheinbar nicht ah erzähl ich oder kommt man ganz nach oben hier ich weiß es gar nicht ne aber hier unten ist in Truhe da unten ist in Truhe ja seh ich grad sooo was haben wir denn hier schönes nur Müll besser Müll als nichts und nur jetzt weiterläuft du bist in dein riesigen Palast ich bin jetzt hier den Berg hoch und jetzt hier ein bisschen hoppels ich hoppel jetzt gerade hoch genau und dann geradeaus dann siehst du die Halle schick schick wahrscheinlich sind aber mehrere rege ich mal ganz stark von außerdem gehen wir da einfach mal nicht hin ja da ist niemand was niemand guck mal nach also bisher also ich glaub rein drin ist bis warte ich geh erstmal auf den Berg und dann geh ich da mal hin erstmal geh ich hier oben auf den Berg drauf ich weiß nur dass da oben beim Kreuz was ist da war ich nämlich letztes Mal wo ich hier gespielt habe auf dieser wundervollen Map die ich auch eigentlich recht schick finde muss ich sagen oh jetzt gehen wir aber erstmal hier oben schön auf die Spitze des Berges und ich sehe da oben ragt schon eine Kiste aus dem Schnee und die werden wir uns mal schön unter den Nagel reißen in einer Hoffnung darauf dass da irgendwas besonderes drin ist das ist das ist das ist das ist